Den Witz kann man gleich mal wiederholen zum Einstieg. Oh, der ist aber tief im Ohr. Ich beende den nicht. Achso. Ich habe den eben nicht beendet, ich beende den auch jetzt nicht. Ich habe gesagt, das ist nicht lustig. Wundervoll, den Lümmel einfach mal aus dem Ohr holen, Kopfhörer rein, willkommen bei Fünnüsse mit... Das war aber deinem Kopf. Dirk und Klaus. Naja, ich habe nicht gesagt Lümmel. Kann ja auch jemanden sagen, feuchten Fuzzi und sie sagt von wegen, das ist aber tief. Ja, ja, ja. Klassische feuchte Fuzis, die werden auch jenseits der 30 häufiger noch bekommt. Kriegst du nicht mehr? Dirk fummelt schon wieder hier an seinem Kabel rum, Dirk. Dirk hat gerade von seiner Massage erzählt. Ja, also Klaus ist der Knaller, der kriegt echt alle Verspannungen raus bei mir. Das sind meine guten Hände. Hände und meine Wundmale am Unterarm. Bist du wieder irgendwo abgeschmiert? Nee, das... Ja, schon, aber das war einfach nur aufgelegt. Gestern zu oft. Warst du schlecht aufgelegt? Ach, oh Mann, ey. Von wegen gerade ab jenseits der 30 holt man sich keinen feuchten Fuzzi, aber wieder irgendwelche Schürfverletzungen. Wie so ein Dreijähriger, der unbedingt die Eiche vorm Haus hochklettern wollte. So ein bisschen die Enthaarungskur. Aber ehrlich, ich kann mich erinnern, du hattest mal richtig volles Haar am Bein. Und mittlerweile ist es so wie bei deinen Oberschenkeln, so früher weggejoggt und jetzt halt einfach wegge... Ja, du kannst es ja auch mit dem Bimsstein abschleifen. Ja, aber den größten, den du finden kannst. Ja, sicher doch. So eine große Boulderwand, ne? Wo dann halt irgendwelche Studenten hier in den Schweiß lassen. Das ist so ein guter Name für so eine Kletterhalle, der große Bimsstein. Ja, sag mal, was ist mit deiner Klingel eigentlich los? Ich bin ja gerade zwei, dreimal die Treppen hier gelaufen. Ja, nix. Was willst du machen? Letztens wurden irgendwelche Fliesen im Eingangsbereich erneuert und zack geht die Klingel nicht mehr. Also finde mal die Kombination, diese Brücke. Nacht, Mond, Wolf, Schuhe. Ja, man weiß nicht, was man da sagt. Also ich meine, eine Zeit lang funktionierte sie jetzt immer wieder. Dann war die Sprecherinlage leicht defekt und der Sommer funktionierte wieder nicht und jetzt funktioniert die Klingel wieder gar nicht mehr. Das letzte Mal, als ich geklingelt habe, hat man dann irgendwann gesagt, Ich kann sie nicht verstehen. Das war irgendwie ein Nachbardorf, ne, von Bikini Batten. Ein Film aber, ne? Rockbottom, nee, in der Serie. Ah, okay. Aber das Ding kann ich mich nicht daran erinnern. Die Folge, wo sie im Handschuhland sind und Dirk zieht gerade ein bisschen Holz zu sich. Nimm eine raus. Nimm doch eine mal raus. Fühl mal ein bisschen. Dirk hat gerade ein Knaggelich in der Hand. Stellt sich aber auch an mit dem Knaggelich. Darfst du dir das überhaupt sagen, die Markennennung? Das ist ja der Produktname. Ist ja schön 1945 drauf, ne? Es war 1945. So erzählen die gar nicht aus. Nee, stimmt. Was soll denn das? Das ist halt so ein Bausatz von Ikea für so ein, für ein, was ist das? Für eine Holzkiste. Die ist wie eine Weinkiste, aber robuster. Ja, und hat halt aber die Farbe von den ganzen schönen 90er-Jahre-Möbeln. Ja, ne, es hat, ja, irgendwie gewachste Fichte oder so. Gewachste ist ja gar nichts. Nee, aber irgendwie behandelt. Die ist doch nicht nur, ist die nur runtergeschliffen? Ja, die ist nur geschliffen. Dann kann ich hier auch gleich mitölen. Perfekt. Und das Schöne ist, die ist halt einfach nur getackert. Ja, ja. Schön getackert ist das. Ja, aber ich meine, guck dir mal die Weinkästen an, die sind auch nur getackert, aber die sind nicht so robust, weil die, da steht eine unterm Schreibtisch. Die ist so robust, die hat nicht, und die Knaggelichkisten sind halt ein bisschen. Aber guck mal, du hast gleich schon so ein kleines Tablett. Ja. Laptop-Ding. Ja. Wie auch immer das heißt. Ja, ganz schön. Oder, weißt du, was ich am Anfang gedacht habe? Manche haben sich doch, so ganz schick legen sich solche, ich sag mal, solche Holzrippen ins Bad. Ja. Das ist mir so ein asiatischen Garten. Finde ich ja auch geil. Also ehrlich so. Wenn du die richtigen hast, die halt Feuchtigkeit abkönnen und sowas, weil dann hat der Fuß eigentlich immer trockenen Untergrund, weil das sippt ja dann schön unten durch. Geil wäre natürlich, wenn da drunter ein Ablauf wäre. Weil sonst hast du dann einfach nach einem Jahr mal unten hast du dann so seltene Schimmelsporen. Also so wie bei mir im Haus gebaut, würde ich da nicht von ausgehen. Oder wahrscheinlich, wenn du da ein paar Fliesen anhebst, wirst du einen alten Abfluss entdecken, der mal drinnen war. Ja. Geh direkt eins runter. Ja. Durch deren Lampenanschluss oben. Na, weil Gefälle hat doch dein Badezimmer, oder? Das ist doch nicht eben. Ja. Oder kam mir das im Sofa immer nur vor, dass man denkt, nee, es hat schon Gefälle, aber halt so. Richtung Teppich. Das ist mehr so wie so eine topografische Karte. Achso, das sind ja die Griffe. Also mal fällt es, mal steigt es. Ja, aber ich meine, also schon als Holzkiste. Besser als die Baumarktsachen. Oh, zieh auf. Und halt einfach robuster und für ein Regal halt für die Mittelstücke etwas, etwas besser. Jetzt liegst du doch einfach wieder. Ja, aber ich wollte es ordentlich schaffen. Ich weiß nicht, ob das geht, dass du es da wieder reinschiebst. Meinst du, weil ich das nicht hinkriege oder weil das generell nicht? Weil das generell, es sieht nicht so aus, als ob es mit diesen Plastik- Zusammenhaltdingern dafür gemacht ist, auseinandergenommen und wieder zusammengesteckt zu werden. Lass mich doch einmal probieren. Zur Hälfte habe ich es geschafft. Ich weiß nicht, ob das spannend ist, das zu hören. Das sieht ein bisschen aus wie ein Schlitten gerade. Ich sehe aus wie ein Schlitten. Das Ding sieht aus wie ein Schlitten. Ich habe was von einem Husky. Au. Was? Die Haare, den Geruch? Oh, Scheiße. Oh, Gott. Ich lege es mal hin, ja? Ja. Ich bin zumindest aufgeregt. Ich habe schon wieder einen neuen Tee gekriegt. Einen neuen Tee? Was? Ja. Ich hatte davor so einen ekligen Tee. Ja. Weiß nicht, ob ich das erzählt habe, bei meiner Frau Zhang die traditionell chinesische Medizin praktiziert. Also echt viel. Nicht nur Akupunktur. Ich wusste gar nicht, weil die ganze Zeit hat man so Akupunktur im Kopf, wenn man eine chinesische Heilkonsten denkt. Also TCM, genau. Dann ist es aber, ich habe mich ein bisschen eingelesen, zu 80 Prozent ist es Kräuterheilkunde. Also eigentlich in China, wenn du da halt irgendwie Arzt und sonst was unterwegs bist, dann bist du eigentlich zu 80 Prozent, kriegst da halt irgendwelche gemahlenen Pilze oder irgendwas und nicht halt Nadel irgendwo rein oder Schröpfen oder sowas. Ja. Und ich hatte halt irgendwie so drei Tage so eine Art, sagen wir mal, so einen Entgiftungstee, so richtig räudig war. Ich dachte, da wäre Chili und sowas drin, bis ich dann gesehen habe, da war Cornell-Kirschen drin und alles Mögliche. Wie Chris Connell, der Sänger von Soundgarden. Ja, genau. Der hat mir seine Kirschen gegeben. Der ist vor ein paar Jahren verstorben. Dann kann er sehr, dann braucht es ja nicht mehr. Ich denke mal, die haben ähnlich so geschmeckt wie die, ja. Ja, das war ziemlich räudig und das war so, also der erste Tag war wirklich, dass du beim Trinken musstest du halt irgendwie, hattest du so einen Plan mitgekriegt, weil chinesische Kräuter- Tee-Zubereitungen sind ja nicht heißes Wasser drauf, wie in Mitteleuropa oder so. Sondern das legst du halt dann irgendwie erstmal mindestens eine Stunde in kaltem Wasser ein, gerne über Nacht. Dann fängst du es an zu köcheln, sofern noch genug Flüssigkeit oder sich was aufgesaugt hat. Aber das natürlich in 600 Milliliter, dann lässt sich das irgendwie beim ersten Mal 20 Minuten köcheln bei kleiner Flamme. Dann seist du diese Sud-Scheiße ab durch so ein Nudelsieb, dass du den danach eigentlich wegschmeißen kannst. Also das ist halt dann, das ist richtig, naja. Dann nimmst du halt den Rest, da kommen dann wieder 400 Milliliter drauf, das dann für eine Viertelstunde, also erstmal einziehen, dann Viertelstunde köcheln das, vorher nochmal einen aufkochen, bla bla bla. Und so weiter und weiter und wenn du den ganzen Tag, also für den Tee, für den Tag vorbereitest, bist du über eine Stunde nur in so einer stinkenden Dunstwolke drin. Ja. Und dann hast du dann halt irgendwas, was du halt so abmessen darfst und das ist halt, also riecht aus wie abgestandene, richtige, eklige Schlonze so, hat so ein, so ein, ich würde mal sagen, wie so eine Kürbiscreme-Suppe mit brutal viel Wasser verdünnt, kalt, so diese, die Optik riecht so ein bisschen nach gammeliger Bratensauce, ist maximal bitter und beim ersten Tag habe ich halt gedacht, öfter mal so, dass ich, dass ich wieder gleich sehen werde, was ich gerade, ja. Und da habe ich gedacht, oh super, jetzt habe ich den Scheiß durch und dann meinte sie so, jetzt haben wir den Tee durch, jetzt können wir mit dem richtigen jetzt leben. Ja, hast du das leckere Aperitif genossen? Ja. Das Geile ist, ich habe gesehen, also die hat halt auch so eine, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal so eine, so eine chinesische Kräuterapotheke und das ist total geil, weil es richtig traditionell ist, so tausend große Holzkisten sowas und dann wird die da vor Ort richtig auf einer, auf einer Waage dann halt diese verschiedenen Pilze und Wurzeln, da halt alles zusammengewählt und dann hast du halt dann einfach so einen Eimer und dann wird das halt in so einen, so einen Mörderhäcksler echt pudrig fein halt gemahlen und die Scheiße, die musst du halt, die, die siebst du halt nicht durch, sondern die musst du halt aufgießen und die darfst du halt komplett und dann mache ich sie mit, wie viel Wasser, das ist mir egal, wie viel Wasser, Hauptsache es ist runter alles. Weißt du, ich könnte auch so einen Shot drauf machen, ja, es wird aber sehr sandig und genau so war es. Das erinnert sich auf bestimmte alte Kreatinzeiten. Echt ähnlich, ähnlich stimmt, von der Konsistenz ähnlich, bloß das ist jetzt ein bisschen säuerlich im Geschmack. Kreatin ja zum Glück geschmacklos. Das ist das einzig Positive, was man zum Kreatinkonsum sagen kann. Obwohl, wenn ich an Kreatin denke und die Zeit, jetzt sehen wir uns das pur in den Hals geschmissen haben und dann einfach nur ein Schluck Wasser. Also mir wird schön, ich kriege feuchte Handinnenflächen und mir wird leicht übel. Also es ist halt richtig, das ist die Konsistenz, die dann richtig schlecht macht, ja. Ich habe das halt dieses Jahr wieder mal eine Zeit lang genommen, aber als echt nur Hauruck. Dass du das kannst, ey. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das dann immer in so ein, muss ja, ne? Ja, aber wenn ich das in so ein Gemüsequatsch, so ein Fruchtshake reinpacke, dann sind die Stückchen eh ein bisschen gröber und dann merke ich es nicht. Aber wenn ich das pur im Mund habe, also diesen sandigen, dann kommen die ganzen Erinnerungen während des Studiums hoch und dann, knallhart, du musst halt schnell gehen. Du musst, halt so schießen. Einfach Kopf in den Nacken und den ganzen Schott runterwürgen. Ja. Oh. Ja. Unter anderem ist da Elfenbeinkraut drin. Elfenbein? Nein. Ja, schon, wenn es vom Elefantenhorn ist. Ja, genau das glaube ich, ist ja verboten. Ja, aber Elfenbeinkraut klingt ja nicht so aus. Achso, Kraut. Also, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, vielleicht haben es den getroffen. Selbes Kraut, das nur in abgehackten Elefantenstoßzählen, nur wenn sie von jungen Elefanten kommen, wächst. Ich glaube, ein bisschen getrockneter Tigerpenis, wollte ich sagen, ist drin. Gut. Da muss ja auch ein bisschen nach was schmecken. Ja, das wüsste ich mal sagen. Und gestern hatte ich das zweite Mal. Kannst du ein bisschen mehr Tigerpenis reinmachen? Muss dann aber schmecken. Gestern hatte ich das zweite Mal Akupunktur. Erstmal so drei oder vier Nadeln, gestern zehn Nadeln. Und da meinte sie, das soll so ein bisschen den Blutkreislauf so ein bisschen anregen. Dann hat sie ein, also das war echt krass, weil am Kopf, ne, ist ja meist nur Haut und Knochen. Und dann oben Fontanellenstelle, das merke ich aber nicht so. Die ist noch ein bisschen weich bei dir. Ja, genau. Und dann hier so schön, das, wie sagt man, dritte Auge da. Ja. Zwischen den beiden Augen. Und das war ein bisschen, was riecht ja schon wieder Feuer? Nee, draußen klingt, dass er uns auf jemand einen Eimer umgeschmissen hat. Hast du alles hören? Ja, die Klinge höre ich nicht. Wollte ich gerade sagen. Da hättest man einen Eimer durchs Treppenhaus geworfen. Und dann hat sich alles rausgezogen und an der Stirn zieht es raus und ich spüre mein warmes Blut, wie es mir über die Stirn runterrinnt. Doch. Und ich warte, Frau Seng, ich glaube, hier läuft was. Ah ja, das ist gut. In China sagt man immer, wenn der Blutdruck hoch ist, dann soll er auch raus. Und wenn Blut raus kann, dann ist es gut. Und ich sage, dann ist er gerade super. Nächstes Mal ist er eine Blutegelbehandlung, oder? Ich habe gerade gesagt, gehst du halt ins Wartezimmer wieder zurück und ihr tropft Blut von der Nase. Alles super. Und die anderen Patienten, besonders die Leute, die zuerst mal da sind, denken, ich glaube, oh, ich muss ja, ich habe zu Hause auch einen Föhn auf dem Herd. Ganz doof gerade. Ja. Ich glaube, dieser Tee hat mich gerade fertig. Ja, du hast schöne Socken, muss ich sagen. Ja, die habe ich als Dekoration geholt. Ich beschreibe die mal. Es sind so eine Haumkuschelsocken, grün, da drin, da drauf sind so kleine Klausis, Santa Klausis und Sternchen. Und oben ist halt so ein schöner, ich sage mal, so ein Plüschkragen. Also sieht halt aus, so ein klassischer Unterkostüm eines Elfen. Elfen-Outfits oder so. Und das liegt bei Klaus rum. Aber jetzt Deko geholt. Er klemmt er sich über seine riesigen Ohren. Über den Kamin. Er nennt den Kamin. Wusstest du, dass ganz viele, gerade Kinder, Santa Claus falsch schreiben jetzt? Seit ein paar Jahren? Jahrzehnten soll ich schon schauen? Schreiben sie mit Doppel-O und H? Nee, mit E am Ende. Klause? Ja. Von Klausewitz. Nee, es gibt so einen Film mit deinem Lieblingskomiker Tim Allen. Ja. Wo er der Weihnachtsmann wird. Ja, ja. Das sind mehrere Teile. Ja, ja. Und der heißt halt Santa Claus mit E am Ende. Okay. Also wie die Klausel. Ja. Nettes Wortspiel. Aber es ist halt genauso wie Guck mal Konika. Ja. Das hat halt so ein bisschen den Weg in den Sprachgebrauch gefunden. Wollte ich gerade sagen, das ist ja eingedeutscht, ne? Ja, ja, genau. Erlaubt ist K. Also gruselig, aber wahr. Ja, aber das ist, ne? Also viele schreiben es jetzt einfach falsch. Ja. Aufgrund dieses Films? Ja. Ich habe gestern nochmal einen anderen kompletter 180-Grad-Törn. Ich habe gestern einen Fliegenpilz gesehen in der Stadt. So am Rand. An so einem, wie heißt das? Wie heißen denn die Bäume immer? Da gibt es so einen schönen... Heißt immer diese Bäume. Nee, da gibt es so einen schönen Namen für diese Begrünung am Straßenrand. Baumscheibe. Baumschreibe? Scheibe. Scheibe? Baumscheibe. In einer Baumscheibe. Schlanden Fliegenpilz. Ich habe es auch bis ewig nicht gehört. Weißt du, wie das heißt, wenn Straßen reißen und die werden dann zugegossen mit diesem Teer, wie diese Spur heißt? Harald. Tube. Tube. Ja, das sind Tuben. Und das ist nur, weil man beim Moped-Führerschein halt natürlich lernt, wo man überall vorsichtiger rüberfahren sollte beziehungsweise bei Feuchtigkeit sind so Tuben unheimlich rutschig. Deswegen hat man dann immer Tuben gelernt. Ah, okay. Da habe ich auch gedacht, hä? Ich dachte, das heißt irgendwie Teer-Riss-Narben-Rotz-Geschichte. Aber heißt Tuben. Tuben. Die Oberbaumbrücke ist jetzt übrigens fertig. Was? War die unfertig? Da war eine Fahrspur gesperrt und du konntest mit dem Rad nicht richtig rüber. Auf beiden Seiten nicht. Und jetzt geht es halt Ich dachte, du hast mal von der Elsenbrücke geredet. Nee, die ist kaputt. Die muss repariert werden. Ja, ja. Aber acht Jahre oder? Kurz vorher haben sie halt gedacht, naja, aber wir haben ja geplant, die Oberbaumbrücke zu sperren. Deswegen machen wir das jetzt noch schnell, während die Elsenbrücke auch gesperrt ist. Damit der Stadtverkehr immer ein bisschen auf Achse bleibt. Er hat gerade neckisch sein Popo bewegt. Ja. Aber da kannst du jetzt auch wieder rüber. Ich dachte, jetzt kommt der. Aber ich dachte, du würdest ja meinen, naja, dann machst du vielleicht die Radspuren ein bisschen sicherer als einfach auf der Strecke eben auf der Straße, aber nichts da. Deswegen war die, was war denn da? Ja, weiß ich nicht. War das so wie bei Elsenbrück, als du auch gesagt hast? Achso. Nee, ich glaube, du musst nur neu gemacht werden. Nee, nein. Der Riss in Elsenbrück ist ja auch recht klein. Also das ist halt so, in wirklich in anderen Ländern würdest du sagen, ja gut, meine Güte. Nee, die würde wahrscheinlich auch noch irgendwie hier fünf Jahre halten, bloß dann hättest du irgendwann so einen Moment, wo zwei Zwölftonner rüberfahren oder 40 Tonner und dann wursch. Dann heißt es, ah ja, den wollten wir uns mal anschauen, den Riss. Das war doch nicht so gut. Und die Fußgängerbrücke zum Mall ist jetzt offen. Ja, das habe ich gesehen. Verrückt. Ja, aber ich gehe da ja nicht rein. Hat ja auch nur ein Jahr gedauert. Ja, naja, die haben sich da irgendwie, also diesen einen Übergang, da war doch halt irgendwie so ein 10.000 Euro Fehler, weil die halt irgendwie, weil Brücken ja, müssen ja den, also schwingen oder sich bewegen können, sowas. Und die hatten irgendwie, was ich gehört habe, einen starren Übergang. Und dann gesagt, wenn sie den jetzt zulassen, dann ist die in einem Monat gerissen. Und dann mussten sie halt irgendwie da auch einen beweglichen Zugang finden. Das kann doch kein Jahr dauern. Aber da hat ja auch, das wird eine Ausschreibung. Ja, aber da hat ja niemand was, eine Ausschreibung, das musste also, das musste das Unternehmen machen, die das da angebaut haben. Die sind vielleicht nur für starre Zugänge. Aber, Moment mal, Freunde, niemand von euch hat gesagt, dass auch Leute über die Brücke rübergehen müssen. Wir dachten, die wäre kosmetisch. Kosmetisch? Ja. Ja, alles nur Schönheits. Ja, ich bin da ja nicht. Ich kriege da ja alleine, wenn du schon aussprichst, morgen kriege ich ja schon kalten Schweiß. Weil ich da auch gar nicht hin muss. Das Einzige, was man jetzt ja suchen müsste, wäre, was ich nachher wieder anlaufen werde, die Post. Aber die ist laut Google echt zehn Minuten in die eine oder andere Richtung. Beides gleich lang. Bloß bei dem einen kannst du halt noch einen Hund kaufen oder eine Reise oder telefonierst ins Jahr 1989 oder so. Das geht in der Mall ja nicht. Das stimmt. Ja. Ja, aber ich hänge da gerne mit meiner Jugendgang rum und Terrorisierrentner. Und du musst wahrscheinlich da hin, weil du sonst kein Geld abheben kannst. Du bist ja gebunden. Auch das, ja. Das ist noch sehr klassisch, aber. Ja, ich habe halt meine ganzen Karten bei der einen Bank bei der Cash Group. bei der Commerzbank halt, aber da sind dann meine Karten. Was soll ich machen? Also, ich habe jetzt keine Lust, alles nochmal umzutragen, händisch. Wenn ich mir ein Konto wechsle, von daher. Ja, ja. In diesem Sinne, ich komme mal zu einer Frage. Dirk. Dirk und Klaus, wir haben ja vor kurzem geheiratet. Ah, du führst eine alte Frage fort. Das ist schön. Wir fliegen in die Flitterwochen. Das war mit Riese, ne? Privatjet. Ne, wir sind alleine im Flugzeug. Nicht alleine, aber das war die Hochzeit mit Riese und Demir. Murat Demir. Plötzlich hören wir ein seltsames Motorengeräusch. Motor fängt an zu röchern in die Maschine, kommt runter, immer schneller, immer schneller, dem Ozean entgegen und wir bruchlanden auf einer einsamen Insel. Ja. Wie überleben wir? Also, wir haben auch keinen Volleyball dabei. Wilson! Okay, was war das? Wir sind mit einer Chessna weggeflogen oder war das ein Learjet? Also Ikea darf ich nicht sagen, aber Chessna und Learjet können wir hier promoten. Wie, Chessna ist doch ein Modell oder nicht? Oder ist das eine Marke? Das ist ein Hersteller. Ja. Das ist wie Boeing. Was gibt es dann, wie heißt denn so ein Modell? Aber jeder weiß, was ich meine. C10 oder C13 und so. Ja, na ja. Das ist doch eine Modell. Wir sind mit einer Propeller-Maschine. Eine Ein-Propeller-Maschine. Ja. Also ein Viersitzer. Ja. Also drinnen so groß wie ein Dreier-Golf. Wir werden den Piloten vergessen. Das war nochmal so ein Fehler von uns. Der hat gesagt, ich lande da, das ist kein Problem. Und bei 100 Höhenmeter ist der raus mit seinem Dings. Hat aber alles schon so eingestellt, dass wir hinten nur saßen, schreien. Vorne war leer und das Ding ist ganz arglatt. Ist das denn, ja, das muss ich ja sagen, ist das Ding komplett zerrissen und zerschellt oder ist das Boot? Also vom Flugzeug können wir nichts mehr gebrauchen. Also es ist komplett, und wie ein Wunder haben wir. Naja, ich meine, ja, die Kabine ist auseinander. Wir können also auch nicht in der Kabine schlafen. Nee, ich meine aber, wenn du so Einzelteile wie, keine Ahnung, Propeller wird ein Paddel oder eine Waffe oder irgendwas. Ja, das haben wir noch, ja. Einzelteile, aber wir haben nichts Ganzes mehr. Ja, also das Ding ist noch da, aber zerschreit. Jeder hat seinen Fernsehsessel, den er aus dem Flugzeug fergen kann. Oh, Fernseher zum Glück. Das ist das Wichtige. Okay, pass auf. Wir machen es nochmal ein bisschen schwieriger. Das Flugzeug ist gesunken. Das heißt, wir müssen jedes Mal, wenn wir was rausholen, müssen wir tauchen. Und das ist bestimmt eine Haibucht oder so. Das ist nicht so wild. Haie greifen Menschen nur sehr selten an. Ja, außer wenn wir wahrscheinlich uns irgendwo geritzt haben. Nee, das ist wirklich, du musst ins Haifischgebiet. Ich sage es in der Haibucht. Ja, ja, in dem Territorium verletzen und dich halt bewegen wie eine Robbe und die müssen hungrig sein. Also da müssen einige Faktoren zusammenkommen. Normalerweise halten die sich. Achso, die ganzen Surfer, die sehen ja aus wie eine Robbe, weil das Surfbrett von unten aussieht wie eine Robbe. Ja, das ist super selten, dass tatsächlich Leute angriffen haben, glaube ich, sechs Tote pro Jahr oder so. Das ist einfach die Vorstellung, dass aus dem Dunkel was unten hochkommt. Ja, ja, das ist wirklich die Vorstellung. Inzwischen, man mutmaßt auch, dass deswegen auch keine neuen weiße Haifilme gemacht werden, weil es hat sich einfach das Bild, das kulturelle Bild des Haies geändert. Naja, und die haben ja halt auch gesagt, der Nachteil wäre auch in den 70ern, als der Film rauskam, gab es halt eine unheimliche Jagd auf diesen Tüch. Also es war ja diese Population, das ist die Population, dieses populäre Jagen, das heißt einfach aufgrund des Films, weil das war dann plötzlich das Sinnbild des Bösen. Ja, genau, und das ist halt ein Image, was du heute halt nicht mehr promoten willst, was aber auch einfach, glaube ich, viele Leute nicht mehr hätten, beziehungsweise wäre halt sofort einfach das Medien-Ding, ja, aber so sind Haie halt nicht. Der Schurke im weißen Hai ist der Bürgermeister. Oder der Präsident. Ja. Ja, dann sollte man wahrscheinlich so Filme machen wie die Monsterwelpen oder sowas. Dass man mal zusätzlich ist, den ganzen kleinen... Zum Beispiel Kaninchen, der stille Killer. Ja. Ja, aber zurück zum Thema. Ja. Wir sind vermutlich dann noch in unserer Hochzeitskluft. Nee, wir sind ja auf Flitterwochen, du schweigst ja nicht direkt. Ah, es gibt solche und solche. Ja, wir haben normale Klamotten an jetzt. Was ist normal? Keine Joggingbooks, schon eine normale, normale Jeans. Okay. T-Shirt. Die Frage ist, sind wir in den Tropen unterwegs? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Also wahrscheinlich stürzen wir bei unserem Glück über irgendeine ehemalige Sowjetrepublik ab. Achso, ja, das musst du ja vorher sagen, wo wir jetzt sind. Ja, das ist ja die Frage. Wie, die Frage ist, über welcher Insel? Nein. In welcher Klimazone sind wir denn? Ja, ich hatte gleich so an Gilligan's Inde oder Monkey Island oder so ausgedacht. Naja, okay, dann sind wir auf Monkey Island. Ja. Oder Melee Island. Wenn wir das Namensrecht, wie die Ureinwohner ihrer Insel genannt haben, kann uns ja egal sein. Das Erste, was wir finden, ist ein Memo. Ja. An den Bewohner von Monkey Island. Ich war nicht bei dieser dummen Besprechung und ich werde weiter meine Kokosnüsse in den Vulkan werfen. Ist mir doch egal, was dann passiert. Ja. Soll der Lied Chuck sehen, wo er bleibt. Grüße Robinson C. Ja, als erstes werde ich dich, glaube ich, Freitag nennen, wenn das okay ist für dich. Gerne doch. Sofort, aufgrund einer Hirnverletzung, also einer neuen Hirnverletzung, die ich beim Aufprall erledigen habe. Ich kann mal ein paar Nadeln aus dem Flugzeug bergen oder so, damit du deine Akupunkturtherapie weitermachen kannst. Das ist kein Hobby. Schon die 23 Minuten, die wir hier reden und du hast keine Nadeln im Körper, tun dir sichtlich nicht gut. Das ist kein Hobby, dass man einfach loslegt und sich zu Hause die Stecknadel sonst wo reinsteckt. Über 2000 verschiedene Akupunkturpunkte, die, glaube ich, böse bis gute Sachen machen können. Über wie viele? Was? Welche Zahl hast du gerade genommen? Über 2000. Ja, das ist ja doch ein Hobby. Das ist ja eine Chance, recht gut einzutreffen. Also sie hat auch einen getroffen, den ich definitiv vom ATK kannte, um halt so eine Hand zu blockieren, die halt unterhalb des, ich glaube, zwei oder drei Finger weiter unterhalb des Handgelenks ist. Dass halt sich so eine Hand halt relativ taub. Im Idealfall öffnet sie sich, aber eigentlich nur taub. Aber du hast mal halt einen am Kinn, mir glaube ich, böse gereizt im Suff. Der Trigeminus? Den habe ich zweimal gespürt. Der hier ist aber auch geil. Ja, ja. Da seid ihr, bap. Das kannst du ja auch aus dem Bad lecken. Andere kamen dann an. Sitzpeter oder so. Die Pappcrawler. Das ist umsonst, oder? Ja. Ach, Peter, ich mache dir lieber einen Hefe. Dr. Seidberg. Oder einfach nur der Dog. Anyway. Ja. Gott, wir sind nicht weit gekommen. Also, so. Ich gehe mal davon aus, es ist tagsüber. Also, wir haben noch Zeit bis zur Nacht. Ja. Ja, dann würde ich meine ganzen Beargrill-Skills rausholen. Ja. Der sagt, als erstes natürlich muss man Wasser. Ja. Irgendwie sicherstellen. Dann, was die meisten falsch sehen, nicht sofort das Essen, sondern einen trockenen, sicheren Schlafplatz. Ja. Und er meinte dann, ist halt, danach kommt dann halt Wasser und die ganze Zeit, was sehr, sehr wichtig ist, was immer vergessen wird, die Motivation. Wenn du mental im Arsch bist, dann kannst du halt alles da haben, dann schaffst du keine vier Tage. Wir sind ja so schon kaum motiviert, obwohl wir eine feste Bleibe haben und ein weiches Bett. Naja, also damit wird, glaube ich, nicht nur die Motivation an sich von wegen, ja, ja, wir schaffen das, sondern halt auch, dreh nicht durch und stirb nicht an Todesängsten. Okay, also das Erste, was ich mache, ist, ich tauche runter zum Flugzeug und hole das Hang-In-There-Kitty-It's-Monday-Poster raus. So was. Ja, das ist gar nicht schlecht. Oder wir malen es mit deinem Hodenblut nach. Wir hauen es an eine Palme. Haben wir Verletzungen? Müssen wir uns um irgendwas kümmern? Nee, nein. Also ich würde sagen, nicht so leichte Schürfwunden sind gar nicht schlimm, weil wir aus dem Meer, also aus dem Salzwasser kommen und da ist schon... Man weiß ja, ideal. Erstmal leichtes Salzwasser auf Schürfwunden und Kratzer. Naja, es ist leicht, als wenn jetzt verdreckt wäre. Aus Sicherheit könnte man nämlich auch draufpinkeln, was auch ganz viele vergessen, dass auch Pipi was Desinfizierendes hat. Bloß nicht überall. Also zum Beispiel inneren oralen Verletzungen muss man sich nicht... Ja. Ich sage es nur. Durch das, wenn ich... Oh, das ist ein guter Tipp. Ich habe Zahnfleischblut. Ich gehe gleich mal zu meinen Kollegen am Kopierer, auf der mir mal schnell... Man weiß ja nicht, was dafür... Reibst du gerade deinen Bart über den Pop-Schutz? Ja. Klingt so. Klingt so. Das ist ein ganz guter Punkt. Vielleicht können wir uns aus Kokosnüssen irgendwelche Kuscheltiere bauen. Weil ich weiß nicht, ob wir anfangen... Es tut zum sicheren Unterschlupf und zur Motivation auf jeden Fall bei. Jeder hat sein Kokosnuss-Kuscheltier. Ja. Das ist auch besser, als sie zu essen. Naja, man kann es ja... Man kann ja sowas machen, dass wir halt ideal den halbiert und dann das Fleisch herausnimmt, aber die Nuss, die Schale... Ja. Aha. Die wir danach ja nicht brauchen, außer du nagst gerne Nussschale. Oder du denkst, ey, das hätte unser Fußabdreter werden können. Kokosnuss-BH. Ja. Sowas, genau. Gleich an Show, an Amüsement denken. Da denke ich gleich an das Boot, als sie durchdrehen und dann der eine mit so einem... Dann frage ich gleich, ob du Haare in der Nase hast. Die ganzen klassischen Boot-Dialoge. Ich habe das Gefühl, wir stehen immer noch im Wasser, beziehungsweise du bist ja gerade weggekommen. Wir schnacken halt so und die Sonne sinkt immer tiefer. Ja, die Sache ist auch, in meiner Vorstellung ist es eine überschaubare Insel oder hättest du es gerne wie Castaway, so ein riesiges Inselareal, wo er halt, weiß ich gar nicht schafft, ob er einmal rumgekommen ist, aber er schafft, also die hat ja auch so einen unheimlich hohen Berg. Ja. Und in meiner Vorstellung ist es flach, Palme, Bums. Nein, flach ist es bei mir nicht. Ich habe sehe schon einen Berg und so ein bisschen gestrüppt. Für mich ist es eher wie so eine Karte von PUBG von der Größe her. Okay, also schon... Ja, du kommst schon irgendwie an einem Tag drüber gelaufen. Ja, drüber im Sinne von diagonal rüber oder einmal rum? Diagonal rüber, würde ich sagen. Okay, das heißt, einmal rum sind das schon drei, vier Tage. Ja, sagen wir so 50 Kilometer Durchmesser. Okay, also größer auf jeden Fall als eine Hallig. Ja, und dann, was hat es dann für einen Radius? Ich weiß nicht, wenn es symmetrisch ist, dann könnte man es sagen, aber... Na ja, aber sagen wir jetzt mal 100 Kilometer. Also nichts, wo du auf die Idee kommen würdest, ja, laufe ich mal easy jetzt einfach einmal um die Insel. Ja. Ja. Also bei... Und die ist nicht eben. Das heißt, du machst am Tag nicht mehr als 20, 30 Kilometer. Ja. Also wenn überhaupt 20, würde ich sagen, wenn das halt unwegsames Gelände ist und wir haben halt dumme Schuhe. Aber ich meine, das erhöht natürlich die Chance, dass dann ein Fluss entspringt oder ein Bächlein zumindest. Das wäre natürlich der Knaller. Also das würde generell erst mal... Das brauchen wir ja, weil sonst, wenn wir rumgehen und sagen, okay, da sind Kokosnüsse und vielleicht ein paar Wurzeln und Kleingetier... Stimmt, Kokosnusswasser könnten wir ansonsten trinken. Ja. Ist da auch von Bear Grylls dieses Ding, so eine Plastiktüte um Blätter zu mal wickeln, damit du das Kondenswasser sammeln kannst. Wenn wir Plastiktüten haben, ja. Ja, wenn wir mit einer deutschen Airline unterwegs gewesen sind, ziemlich sicher. Also... Das ganze Kofferraum voller Plastiktüten. Peter Lustig hat, glaube ich mal, so einen Becher mit Salzwasser und da drüber halt so eine... Plastiktüte gehabt und ich glaube, da so einen Spiegelschrick angehalten und dann das kondensierte Wasser separat aufgefangen. Das hat jetzt über den Tag gedauert und dann hat er, glaube ich, zwei, drei Schluck Wasser. Ja. Aber er hatte dann halt das Wasser entsalzt. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, glaube ich, müsste man es vielleicht dann nochmal abkochen oder so. Aber dann hast du, glaube ich, echt nur noch so so eine Träne Wasser oder so. Also wäre schon cool, wenn wir irgendwie so eine Quelle finden. Wir sind schon wieder, wir springen so dermaßen. Also sind am Strand. Ja, wir, ja, ich würde sagen, wir sammeln halt erstmal die ganzen Schritte. Ist da noch irgendwas übrig oder sind wir, nur wir, ans Wasser gekommen und alles ist unter Wasser? Ja. Alles. Unser Rucksack oder Tasche oder sowas. Das heißt... Ja, auch da haben wir ja nichts Brauchbares mit. Naja, aber ich frage mich, ob vielleicht bei so einer kleinen, so einer Einpropellermaschine, dass halt so ein Boardkit da drin ist, wo man, keine Ahnung, Schraubendreher oder ein Leatherman oder sowas hat, weil das wäre ja super geil. Ja, das kann ich mir natürlich unten verbandkasten. Ja, sowas. Ja. Weil das... Ja, würde ich sagen, das kriegen wir raus. Also das... Ja. Und dann ist es, ja, dann ist die Frage, ist das jetzt halt irgendwie 100 Meter rein ins Meer und dann 10 Meter tief oder ist das 3 Meter mal 3 Meter entfernt? Ja, irgendwie so. Das ist machbar. Also wir kommen da easy mit dem Tauchgang runter. Wir sind jetzt auch nicht komplett erschöpft und denken, sondern wir haben... Nee, jetzt kriegen wir hin. ...echt die Landung mit dem Schreck überlebt und denken, was nun? Du sagst, ich geh mal da runter. Und, ja, dann holst du erst mal, das heißt, du holst Verbandkasten und du holst vielleicht so ein Boardkit oder sowas. Und natürlich geil wäre halt irgendwie Klamotten oder so, die können ja dann trockenen. Wir wissen nicht, wie kalt das Nachts da wird. Ja, ja, ja. Oder Schlafsack oder Zelt bauen oder sowas. Ich glaube auch generell Feuer machen wäre eine gute Alternative. Ja, manchmal gibt es ja halt auch so Kids, dass du einen Feuerstein drin hast, aber wenn das halt weg ist, dann... Ja. Also ganz... Hast du es mal geschafft, in dieser Pfadfinder-Methode Feuer zu machen? Dieser gibt ja mehrere. Ach so, den klassischen einfach. Ja, ja. Äh, nee. Und Stroh. Hast du geschafft? Nee. Probiert man als Kind ja ständig, aber... Also ich glaube, was ich eher machen würde, weil dieses Reiben finde ich halt schwierig, ich glaube, das ist sehr schnell, dass die Hand halt, weil du direkt mit dem Gegenstand auf der Hand rumreibst, Kein Problem für mich, aber ja. Ja. Dass ich halt mir so ein flaches Holzstück suchen würde oder Rinde oder sowas mit so einem leichten Kerbe oder einen Kerbe machen und dann halt den Holzstab reinlegen und drüber rein. So. Und dann halt vielleicht da so ein bisschen getrocknete Holzspäne oder sowas ranpacken. Weil dann kannst du oben halt den Griff halt irgendwie mit Stoff oder sowas stabilisieren und kannst halt immer reiben und du könntest halt auch den Übergang halt schaffen, wenn du sagst, oh, ich kann nicht mehr, dann hast du halt zwei davon, dann sowas. Weil du musst halt den Arm wechseln, die Seite und der andere kann mal, ich glaube, dann würde man es hinkriegen, vielleicht haben wir auch einfach nur ein Brennglas. Vielleicht haben wir auch irgendwie eine Brille oder irgendeinen Scheiß. Ja. Ich hätte eine Brille, aber ich weiß nicht, ob ich die mitnehme auf der Insel oder generell in Flitterwochen denke ich, wir lesen nicht, sondern wir sind nur aktiv. Ja, Glas rauskriegen, das ist halt auch schwierig aus dem Flugzeug. Ja, ich weiß jetzt auch nichts, was da, wie so ein Brennglas funktioniert. Bei der Druckanzeige oder so? Ja, aber meinst du die? Bei den Instrumenten? Meinst du die? Ich weiß nicht, wie konkav oder konvex das ist. Ich kriege es mal nicht auseinander, was was ist. Aber generell, also meinst du, das rauszukriegen, das ist glaube ich ja, das ist halt super schwer und dann bist du drei Meter unter Wasser oder was und dann kriegst du kein Momentum hin. Genau. Okay, also ich sage mal, mit einem Stock kriegen wir es schon irgendwie hin. Irgendwie stundenlang. Was auch ganz, was richtig einfach ist, was ja im, ach, das müsst ihr auch erst mal rausbauen, aber sonst würde ich sagen, Batterie aus dem Flugzeug, weil das ist ja super leicht. Batterie und dann am geilsten wäre noch, wenn man irgendwie ein bisschen, brauchst du ja nur eine kleine Batterie und ein bisschen, ähm, nicht Glaswolle, sag ich schon, hier, na, was du auch zum Schrubben nimmst für Pfannen. Stahlwolle. Stahlwolle, genau. Und dann die drauf und dann glimmt das schon und dann hast du schon Feuer. Das wäre es easy. Das ist shit. Ich weiß nicht, ob wir A, Stahlwolle dabei haben und B, irgendwie die Batterie sinnvoll aus dem Flugzeug kriegen. Na, wenn du kein Stahlwoll, dann wäre halt ja ein ganz dünner Draht und dann wäre so Kaugummi. Einfach nur, dass du quasi einen kurzen machst und dann wird es halt glimmen. Aber klar, die Batterie und die Batterie wäre ja unter Wasser, ja, auch im Salzwasser wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich. Schade. Schwierig, schwierig. Die Plane wäre ganz gut. Ja, ich meine, sowas wie eine Löschdecke oder so wird da sicherlich drin sein. Ja, irgendwie ein Fallschirm oder sowas. Das wäre geil, weil der ist leicht und der ist riesig groß und da muss ja halt erstmal nur Regen. Zum Beispiel, wenn du halt irgendwo bist und das wird dann halt im Pazifischen Ozean schütten wie Sau. Ja. Und wenn du da dann sagst, oh, wir haben halt eine alte Filzlöschdecke als Dach gebaut, dann ist das immer zehn Minuten geil und danach, ja, also wir werden halt permanent nass sein. Deswegen würde ich glaube ich auch versuchen, unseren Unterschlupf, zumindest unseren Schlafplatz, erhöht irgendwie. Erhöht. Ja, also nicht irgendwie irgendwie und auf so ein paar Palmenblättern penn. Allein was am Boden an Viech dich nachts da tot beißt. Ja, ja, oh Gott, ja. Das ist dann halt auch, würde ich sagen, irgendwas, was da in so einen Baum reinkrießt, wo halt wenigstens die großen Raubtiere, die halt nicht auf Anib die Klöten abknabbern. Ja, ja. Und vorher dann halt für irgendwie sicher mit so einem, bis so einem Glockengelöt, dass wenn der Panda da hochgeht, der Panda einmal läuten kann. Klaus, bist du das? Entschuldigung. Habt ihr süßes Menschenfleisch gerochen? Kann gar nicht sein. Das ist total sauer. Panda, der Landhai. Ja, mach das nicht publik, sonst gibt es Jagd auf Panda während. Ich glaube, da war der Mensch schon relativ erfolgreich. Gut, aber ich habe eine Plane. Ja, aber vielleicht ein Fallschirm, irgendwas. Oder halt einfach diese Decken, die du bei Schock umgelegt bekommst. Ach so, eigentlich ist es ja diese ganz normalen, diese Sicherheitsdecken, die da halt auch mittlerweile in jedem Verbandkasten mit der Silberseite und der Goldseite, die eine reflektiert und die andere speichert. Ja. Bei Schock sollst du gewähnt werden, oder ist das? Ja. Ja, aber die ist für den Moment, aber die ist jetzt nicht so stabil. Also ich glaube, ein Fallschirm wäre halt super geil, weil du könntest den halt auch erstmal groß spannen, dann hast du meistens Seile dabei. Genau, die guten Cordura-Seile, die sind halt super geil gewebt und super fest. Damit kannst du halt so viel machen. Da kannst du dir halt dann schnell mal so einen Rucksack knoten, aus ein bisschen Fallschirm und sonst was. Du kannst halt das ganze Holz hier zusammensammeln, du kannst Fallen damit bauen, Fallenbogen kannst du halt mit so einem Seil, also kannst du halt super viel Scheiße mitmachen und wenn du halt so eine Plane hast, dann könnte man nämlich die Plane erstmal hinlegen und auf dem Plan oben drauf die Palmenblätter drauflegen, somit dass das halt noch verdicht ist. Ja. Und wenn du das nämlich irgendwie in einen Baum reinpackst und da unter nämlich könntest du dir aus ein paar Seilen und Dings, kannst du aus dem Rest eine Hängematte. Hast du zwei Hängematten, darüber noch eine Plane, hast du erstmal eine sichere Sache. Ja, würde ich sagen, gehen wir davon aus, wir haben einen Fallschirm da drin. Ja, der ist von der Größe, würde ausreichen, dass wir eine Plane oben kriegen und eine Hängematte drunter. Den Rucksack haben wir ja quasi auch, der ist ja schon mit drin, im Fallschirm integriert. Okay. Wir spannen das als Dach, die Plane. Und die restlichen Sachen, also nicht komplett, weil das ist ja riesig und die restlichen können wir jetzt als Hängematte dann rumknoten. Haben die die Schock, wie heißt die Decke, Sicherheitsdecke, um uns zuzudecken nachts? Ja, wenn wir, also ich meine, sonst würde ich sagen, haben wir auch die ganzen, unsere Klamotten also rausgeholt, alle schön zum Trotten hingelegt. Und dann die halt irgendwo verwahrt. Ich weiß jetzt, wenn so ein tropisches Klima ist, dann ist wahrscheinlich die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass auch wenn wir die halt irgendwo im Schatten irgendwo, dass die halt immer feucht ist. Ich glaube, das muss halt wirklich dann bei knalligem Sonnenschein einmal austrocknen. Ja, aber ich meine, wenn dir das einmal austrocknet, was machst du dann? Wenn die zusammenlegst und dann wieder irgendwo in den Wald auf dem Baum hängst, dann ist das doch wieder nass. Aber halt zumindest nur feucht und nicht. Ja. Deswegen ist, glaube ich, diese Sicherheitsdecke geiler, weil das halt einfach so eine Folie ist. Ja, eben. Das ist dann scheißegal. Na gut, dann haben wir quasi unsere erste... Erste Nacht überstanden, ja. Ja. Aber wir haben jetzt... Heulen die Wölfe. Auf ihrem Bruderboot. Zieh! Dann würde ich machen beide die gleiche dumme Geste gerade. Ja, so eine Kanadier-Paddelt-Geste. Also Wölfe, die... Die Sache ist, ich schätze mal, die erste Nacht kriegen wir noch hin, weil in unserem Rucksack bestimmt ein paar Eiweißriegel und Nüsse noch drin sind. Und wir trinken noch... Ich glaube, wenn wir jetzt mal zehn Stunden lang nichts essen, sterben wir auch nicht sofort. Aber... Ja, oder ich würde sagen, dass wir halt auf jeden Fall so einen Quatsch bestimmt dabei haben. Das sind so zwei Tage unseren normalen... Also normalen... Oder den Gin & Tonic des Piloten. Wahrscheinlich fest noch in der Thermoskanne. Thermoskanne ist natürlich auch geil, weil wir bestimmt sowas nutzen könnten, um Dinge abzukochen. Man hört die Thermoskanne förmlich, wie du es beschreibst. Ja, ich meine, aber wenn wir halt irgendwie so ein Pott-ähnliches haben oder halt einfach so ein metallisches... Metallische Kiste oder so, wo wir halt alles abkochen können. Weil wenn wir halt auch sowas wie Larven, die kannst du ja halt so ziemlich alle essen. Die sind ja eklig, schleimig, bla, aber wenn du halt schön ins Wasserbad legst oder sowas, dann hast du Proteinquellen ohne Ende. Also das hat ja Bad Girls nicht grundlos gemacht. Das Einzige, was man weiß, den Kopf abbeißen. So, weil da hast du halt immer Geschlonze drin und so, das witzst du halt nicht und die ganzen... Wir haben ja sogar einen Leatherman, wir können den Kopf abschneiden. Haben wir doch. Also haben wir. Ja, ja, ja. Okay, dann haben wir auch eine Säge, dann können wir uns ja sonst was, dann können wir uns so ein kleines... Dann würde ich unten aber erstmal schon so ein Vor... Hast du mal mit einem Schweizer Armeemesser gesägt? Ja. Das dauert ewig. Ja, ja, ich meine... Na, aber ich meine, wir haben ja nichts anderes zu tun. Du musst ja nicht um 12 Uhr gehen. Dirk, mach du mal weiter. Ich habe nämlich gleich ein Casting. Ach, scheiße, ist ja Insel. Ich gehe mal zu Juki schreiben. Wir posten das mal kurz auf Instagram. Wir werden sicherlich Empfang haben. Unsere Handys sind beide wasserdicht bis 30 Minuten. Ja, ich werde erstmal schön aus so einem umgestürzten Baum mit einem Leatherman einen Kajak schnitzen. Mal schnell. Nee. Ja, also wenn wir halt so eine... Also erstmal haben wir unsere Station da aufgebaut und sagen von denen, alles geil, kriegen wir hin. Auch was, wenn wir sagen, jetzt ist halt mal so ein pazifischer Sturm am Start, kann das halt alles wedeln, aber es ist halt am Baum geknotet und es wird nicht wegfliegen. Also wir sind von vornherein, dass wir halt unsere Klamotten und Rucksack und Taschen, die wir halt irgendwie haben, immer mit irgendwelchen Schnür sonst was, dass wir das immer irgendwann bauen haben. Genau. Dass halt wenn was kommt oder wie so Grubenarbeit, dass wir halt immer so einen Faden und dann hängt das immer so drei Meter hoch und dann können wir in den verschiedenen Fäden dann immer irgendwas runterlassen. Wahrscheinlich, wenn wir das aufmachen, ist oben halt immer irgendwie Spinnen drin oder Affenbabys oder sowas. Ein Raubvogel. Prähistorisches Tier. Ja. Ja, ne? So, aber das haben wir irgendwie gepackt. Jetzt ist aber würde ich auch sagen, der Magen knurrt. Ja. Also. Ja, also die Sache ist, ich glaube, wir müssen uns aufteilen, weil wir sind ja... Das wäre immer eine gute Idee ohne Kommunikation. Na, weil ich gedacht hätte, wir sind auf dieser kleinen Insel, werden jetzt keine großen Raubtiere sein, oder? Oder meinst du? Ja, aber wir können mehr Boden so abdecken. Genau. Und wir werden ja nicht weit vom Strand entfernt sein, also selbst im schlimmsten Fall muss man sich halt zum Strand durchschlagen und am Strand wieder zurück. Ja. Wo es relativ sicher ist. Am schönsten wäre natürlich, wenn wir erstmal sowas Einfaches gucken, was man nicht jagen muss, sondern was man sammeln kann. So wie Nüsse, Tiefkühlenahrung. Tiefkühlenahrung. Ja, eventuell halt irgendwelches Gelarf, Käfer, Gedöns. Haben wir uns dann halt schön außer Abdeckplane, beziehungsweise wir haben unsere Rucksäcke dabei. Ja, und dann wichtig bei irgendwelchen Beeren und sowas, wenn man sich nicht sicher ist, nicht in den Mund stecken, sondern zerreiben, Zunge ran und sofort man merkt, das ist irgendwie süß, dann ist das gut. Es gibt nichts in der Natur, was süß ist und giftig. Das ist schon nicht schlecht. Außer Lolita. Aber bei Sauer und Bitter, da gibt es halt andere, aber süß bist du safe. Ich kenne es auch mit erstmal an der Schleimhaut lassen im Mund. Erstmal in den Giftpilz wirken lassen. Was macht der denn? Nee, nicht essen, nicht essen, sondern an der Schleimhaut lassen. Also halt bei Gräsern und sowas, bei Gräsern und Kräutern. Okay. Ja, aber Gräsern und Kräuter sind ja eher dann so, da hast du dann... Beilage, willst du ja auch was haben. Das ist so die Mikronährstoffe, so ein bisschen Vitamine, Mineralien. Bevor wir losgehen, schnitzen wir uns beide noch einen Speer? Das mit Sicherheit. Also beziehungsweise so ein Wanderstock, der halt oben, also wie so ein Boot. Angespitzt ist. Genau, so ein 2-Meter-Ding. Ich glaube, das ist generell ganz gut, weil unwegsames Gelände, du bist als Dreibein immer sicher unterwegs. Ich sehe schon, wie wir irgendwann Rücken an Rücken aufeinander stoßen und uns selber umbringen. Aber gut, ich sage noch vielleicht eine Reuse. Das ist auch gut. Sonst eine Reuse basteln. Das ist ja eigentlich beim Fischen verboten, aber das ist ja dann auf der einsamen Insel egal. Ja, und bei Grills hat auch schon geile Dinger mal gezeigt, wenn du halt, also wenn du zum Beispiel große Bambusrohre hättest, die du schön abschlagen kannst oder so, dass du die dann halt viertelst oder beziehungsweise achtelst und dann halt einfach nur mit kleinen Hölzern Keile reinsteckst, dass es halt aufgeht und dann am anderen Ende auch Keile und dann halt wieder verbinden. Also dass du halt so eine kleine Öffnung hast und die dann halt natürlich, da musst du ein bisschen Wasser irgendwie lesen können, dass du sagst, oh, hier ist immer Kleinviech gedönst und dann, das ist schön mit Steinen, dass du ein bisschen absteckst, hast vielleicht so eine Art Lagune, wo immer so eine kleinen Sardinen rumschwimmen oder ich weiß nicht. Ja, aber sowas. Ja, weil das machst du halt einmal und lässt es halt fünf Stunden in Ruhe. Ja. Das ist ganz praktisch, weil du musst halt nicht die ganze Zeit. Du kannst das recyceln, du kannst es halt immer wieder nehmen. Weil ich glaube, bevor wir mit unserem Speer einen Fisch erstechen, das ist eh die Sache. Dann zieht viel Zeit ins Land. Genau, und dann stehst du halt schön in einer prallen Sonne. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Dann müssten wir uns vorher wahrscheinlich aus ein paar Palmenblättern oder sowas und so irgendeinen Strohhut oder sowas, weil sonst kriegst du, also vor allen Dingen wir beide. Ja, vor allem ich, ja. Ich bin Klaus sehr prädestiniert für Sonnenstich. Ja, ich meine, wäre ich auch, würde ich so einen Quatsch machen, wie du gemacht hast. In einer prallen Sonne, uneingeschmiert, ohne Schutz auf dem Kopf, sich die Rübe wegbraten, dann wundern, Jungs, ist euch auch so? War gar nicht so gut. Nee, aber da, das ist glaube ich das allererstes, dass man dir dann halt irgendwie den Kopf verbindet mit irgendwas. Und wenn man dir so einen alten Otter rüberzieht. Du bleibst jetzt da. Einen toten. Bitte? Das ist ja ekelhaft. Einen lebenden Otter. Aua, aua, aua. Jetzt glaubst du, das ist ein guter Sonnenschutz. Ich weiß nicht, ob die sich so breit machen. Der macht sich so gemütlich. Ich dachte, der hat so eine Mardernform oder so. Ja, der rollt sich zusammen wie eine Katze. Da hast du doch in der Mitte wieder so, wie so ein Brennglas. Hast du wieder so einen Punkt, dass du zurückkommst? Ich weiß ja auch, dass Otter das Sonnenlicht bündeln. Wenn ich schon hier sein muss, dann brenne ich ihn auch ein. Okay, dann hast du halt einen schlafenen... Strohhut. Nein, lassen wir doch. Wenn du es willst, dann hast du einen schlafenen Otter auf dem Kopf. Endlich. Der sich irgendwie in deine Zotteln verfängt, dass der auch nicht runterrutscht. Dem werde ich noch ein Markenlogo einrasieren, dass er irgendwie so ein, von so einer 90er Jahre Football- oder Basketballmannschaft ein Logo drin hat. Russell Athletics. Ja. Hatte ich damals irgendwie so eine Daunjacke. Fila, das möchte ich haben. Fila hatte ich auch mal einen Schuh, glaube ich, oder so. Aber nur einen. Ja. Und dann wurden wir gemobst auf der Insel von so alten Leguan. Vielleicht zu Recht war ein Fila-Schuh. Die coolste Marke, die man sich vorstellen konnte im Jahr 91. Ja, was war denn eigentlich mit Fila? Wieso gibt es den Fila nicht mehr? Gibt es immer noch. Die machen ja jetzt nur noch für ihren Bereich, nämlich Tennis- und Polo-Shirts. Ach, das war es. Ich glaube, die ist eigentlich eine Tennis-Marke. Ja, so, jetzt sind wir also jeder Einzelne für sich auf der Jagd nach was Essbarem. Ja, während die Reuse ein bisschen arbeitet. Ja, und wollen wir vorher unser endloses Wissen zusammentragen oder sagen wir, ey, dir guck du mal, Klaus, ich gucke hier oder was? Was suchen wir denn? Naja, Futter, Futter und, beziehungsweise eigentlich Wasser, Trinkquellen. Das heißt, wenn du sagst, da ist eine Anhöhe. Ja, wenn da, wenn da größere Tiere leben, muss es auch irgendwo eine Trinkquelle geben. Beziehungsweise haben die Wölfe ja heulen gehört. Wenn du sagst, da ist ein Berg oder sowas, dann ist die Quelle in der Regel immer hoch und nicht halt irgendwie, geh mal an der tiefsten Stelle von der Insel. Von der Insel. Ja, tiefste Stelle von der Insel. Ja, und je weiter wir oben sind, desto geringer ist der Durchmesser des Berges. Das heißt, wir finden auch schneller ein Bächlein oder so. Die Sache ist auch, wäre nicht schlecht, wenn wir irgendwelche, irgendwelche Behältnisse mitnehmen könnten. Dass wir halt irgendwie uns eine Folie so knoten, vielleicht unsere Nachtfolie oder sowas, dass es wie so eine große Traube funktioniert. Dass man halt irgendwie, wenn wir Wasser haben und nicht sagen, drei Stunden zurück, ich habe Wasser gefunden. Wo denn? Da, glaube ich. Oh, du hast nichts mitgebracht, du Affe. Sowas. Weil kurz oder lang werden wir uns ja für die Sicherheit aus irgendwelchen Bambusrohren Strohhalme basteln. Ich dachte jetzt eher an so eine schöne, schöne Wasserleitung bauen, dass wir halt nicht die ganze Zeit immer zum Berg rennen müssen. Oder wir südeln um. Ich hätte eher gedacht, wir verlagern unser Camp, bevor wir die Insel mit Leitungen ausdecken. Aber willst du wirklich mitten in so einer dichten Insel irgendwie im Dunkeln leben oder lieber am Rand, am Strand, wo du halt sagst, ich bin auch mal, kann auch mal ans Meer pinkeln. So. Die Sache ist, wir müssen auch die Fäkalien irgendwie uns drum kümmern, dass wir uns nicht sagen, wir scheißen die Insel einfach breit gefächert voll oder wir haben uns einfach geeinigt, das ist echt ein dummer Platz hier. Das hier ist der Scheißbezirk. Genau. Oder das ist gerade unheimlich günstiger Stein in der Mitte so ausgehöhlt. Es gibt doch diese Serie Last Man on Earth. Okay. Mit einem Comedian, ja, das ist heute der ganze Mensch auf der Erde und er, er scheißt halt immer vom Drei-Meter-Brett im Swimmingpool. Ja, da musst du aber sicher sein, ne? Ja. Wenn du da mal abschmierst, so nach einem Jahr. Aber hat der denn nicht immer Angst, dass die Luft irgendwann tödlich ist, wenn er dann dahin geht? Ich weiß es nicht. Vom Drei-Meter, wie sichert er sich denn da? Ich hätte ja Todesangst. Wie du googelst jetzt, wie der Typ aus Last Man on Earth sich sichert beim Drei-Meter-Kacken. Ja, richtig. Genau das, genau das hatte ich vor. Das möchte ich in meinem Google-Verlauf haben. Weißt du, immer schießt, dass was drin ist. Das ist doch vollkommen, das ist doch meine ganzen, meine ganzen Empfehlungen sind, beruhen nur darauf. So, naja, okay, aber irgendwas finden wir schon. Vermutlich eher, ähm, eher ein Loch. Naja, das ist ja wohl besser ein Loch, in das wir, äh, da schön abstuhlen, bevor wir, ähm, ach so, du bist jetzt wieder beim Kacken. Ich dachte jetzt gerade, wir sind noch beim Wassersuchen, deswegen bin ich gerade voll irritiert mit dem Loch. Er hat sich ein Loch, er hat sich ein Loch reingemacht, offensichtlich ins, ins Brett, so wie es hier aussieht. Ach so, da oben. das sieht aber nicht nach drei Meter, sondern nach ein Meter aus. Ja. Das will ich schon sagen, weil drei Meter ist ja meist irgendwie betoniert und sehr, sehr hoch und ein Meter, ja gut, das geht ja noch. Ja, gut, ne? Trotzdem, reinfallen willst du nicht. Naja, und, wenn du zum Beispiel mal, was wahrscheinlich am Anfang ist, weil der Magen sich umstellen muss, einen flotten Otto hast, wie der da sitzt, dein Bein, baumel die Beine so und dann könnte er ganz schnell mal sich an Hacken kacken. Ich glaube, da haben wir relativ lange flotten Otto, weil wir keine feste Nahrung richtig haben. Ja, und bei Carthaway heißt es ja, dass irgendwie Kokosnuss natürliches Abführmittel ist. Ja. Das heißt, wenn wir uns dann erstmal nur Kokosnusse ernähren, dann kannst du aber sicher sein, dass jeder seinen eigenen Kackerbereich möchte, weil man nicht, ja, eine am Nord, eine am Südende der Insel. Oh ja, aber willst du so lange laufen? Jedes Mal. In der Zeit könntest du sonst was machen, Jagen, Futter, SOS-Signale, das ist auch wichtig. Du musst schon mal vorbereiten, SOS-Signal vorbereiten. Also in der Regel legt man ja irgendwie viel trockenes Holz, entweder einfach nur Flamme oder man legt halt SOS aus. Ja. Ich würde sagen, man macht beides. Ich würde sagen, einmal fest mit Steinen, SOS, riesengroß und rechts und links daneben Feuer zum Beispiel. Das wäre vielleicht eine geile Kombination. ich meine generell, wenn wir ein bisschen Wald anzünden. Das habe ich mich eh schon so oft gefragt, weil das doch weltweit immer mit Satelliten alles abgedeckt und auf sowas reagiert wird. Ich glaube, da hast du eine ganz gute Chance tatsächlich. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt Futter für, sag mal, eine Woche oder irgendwie geheim gehaust, zusammengekriegt, mit Wasser und allem. Ja. Dann würde ich zusehen, dass ich halt einen Wald anzünde und nicht so ein kleines Signal, sondern denke, der Qualm, der ist so ewig lang. Das dachte sich Bolsonaro auch. Wer? Der brasilianische Präsident. Der fasst sich an den Kopf. Ich wollte nicht damit irgendwie sowas. Keine Tagesaktuelle. Nein, ich meine, der macht das ja, ab wem macht das jetzt zu überleben. Die sind eine Verschwörungstheorie der Grünen. Die zünden nämlich den Wald. In Australien eine beliebte These, dass die Grünen den Wald anzünden, um ihre Umweltpropaganda zu unterstützen und zu sagen, wie schlimm es um den Wald steht. Ach du Scheiße. Ja. Das sagen die dann ohne zu lachen oder? Wahnsinn. Da ist die Bild-Zeitung vergleichsweise liberal gegen. Ich habe gestern das erste Mal Taken 3 gesehen. Nicht Taken 3. Schade. Wäre bestimmt besser gewesen. Wirklich. Luc Besson hat es geschrieben, hat es produziert und dann sind auch die ganzen, das, was es eigentlich ausgemacht hat, im ersten Teil, diese geilen Krav Maga-Choreografien, die wurden dann halt, jede Bewegung wurde, er schlägt, schnitt, er blockt, schnitt. Es gibt doch auch diese Sache, wo er über einen Zaun steigt mit zehn Schnitten, weil er einfach schon so alt geworden ist. Das habe ich nicht auch gedacht. Ja, er kann halt nicht mehr, also mit dem Zaun, das war das, was immer so als Beispiel dafür gilt, dass es dann einfach Quatsch ist inzwischen diese Serie mit ihm, weil er halt einfach nicht über den Zaun, also der kommt halt so über den Zaun, wie jemand Mitte 50 über den Zaun steigt. Ja, was ja auch vollkommen okay ist, aber ich finde halt diese Kampfchoreos, du konntest halt auch nicht mehr erkennen, was denn passiert ist. Und dann war es eigentlich vollkommen egal, es ist so viel passiert und dann auch diese Schnitte, Jump Cuts, sonst was und dann irgendwie zeitliche Veränderungen. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich sogar viel interessanter, wenn du sagst, er muss seine Familie da rausholen, aber er kann einfach nicht mehr kämpfen. Ja, genau, dass er so langsam untergeht. Ja, also sein Knie ist ruiniert und seine Hüfte ist kaputt. Ich meine, dass man dann irgendwie relativ schnell am Anfang, Spoiler alert, seine Frau halt tötet und dann ist halt irgendwie ihr neuer Mann natürlich dann der Böse. Und denkst du so, ach ja, und ich weiß gar nicht, ob das der ursprünglich neue Mann ist, der auch im ersten Teil der neue Mann ist oder ob das schon wieder ein anderer. Ich glaube, das ist halt ein anderer Schauspieler. Aber es war halt so, na ja, also was ich gut finde, das war ja kurz davor, aber dass es nicht sich wieder anbahnte, dass er mit seiner Ex-Frau wieder zusammenkam. Das war halt im zweiten Teil schon, wo man dachte, okay, aber also gestern habe ich gedacht, der Erste ist der Einzige und richtig Gute, so. Und jetzt sagt er sogar den ganz bekannten Satz, der in jedem Ding gesagt wird. Jetzt sagt Liam Neeson in dem Teil, good luck. Was ja halt im ersten Teil der Entführer sagt, als er dann halt irgendwie das Handy seiner Tochter ausmacht und telefoniert, wo er sagt, ich werde dich finden, kriegen deine Familie, bladet und dann nur good luck. Und das wurde in jedem Teil irgendwo gesagt. Und im letzten Teil sagst du halt Liam Neeson selber. Und ich so, ja, ja, die Kämpfe und alles. Es ist halt einfach, also du kannst nicht mehr eine klare Linie erkennen, den Stil erkennen. Es ist halt einfach nur plötzlich geblockt, plötzlich über das Entwaffnet, plötzlich irgendwie geschossen und dann, ja. Und das ist, und leider halt auch noch mit diesem Luc Besson-Stil, das ist halt so dieser durchgeknallte europäische Style aus den 90ern. Also es hat irgendwie so wie so ein Musik-Videocharakter teilweise wie so ein, weiß nicht, Blümchen-Video oder so. Also sowas viel zu schnell ist. Luc Besson hat auch einfach lange nichts Gutes mehr gemacht. Aber der hat ja gute Dinge gemacht. Das ist so. Die Frage ist halt, wenn du dir jetzt im Nachhinein die Sachen anschaust, mit dem Wissen, dass halt einfach die letzten fünf bis zehn Filme von ihm nur schlecht sind. Ich weiß gar nicht, was die letzten war. Ich habe jetzt nur Lucy ist von ihm. Dieser komische Film mit, ja. Also ich habe eine Transporter und ein fünftes Element im Kopf. Scarlett Johansson. Fünftes Element, wage ich zu behaupten, wenn du ihn jetzt siehst, der ist auch nicht gut. Der ist halt einfach total poppig. Taxi Taxi ist von ihm. Echt? Ah, okay. Das wäre echt krass. Der ist halt gut. Den gestehe ich ihm zu. Und ich glaube, Leon der Profi ist auch von ihm. Echt? Ja. Das ist ja auch super. Der ist aber auch so. Ja, wahrscheinlich. Der ist aber auch so. Er ist ja auch so ein bisschen Lolita in dem Film. Und Luc Besson hatte wohl irgendwas mit einer 16-Jährigen zu der Zeit. Ach, das ist toll. So, ah. Ah, ja. Ah, ah. Naja. So, also wir zünden den Wald an. Haben wir denn genug Nahrung gesammelt? Ja. Okay. Wir haben Fische in der Hose. Also wir haben auch keinen Bock mehr und planen nicht weit, sondern wir sagen, Alter, wir müssen nur das Einzige, was wir vielleicht vorher machen müssten, in den Himmel schauen. Wenn wir sehen, da sind viele Regenwolken und wir verbrennen gleich ganze Nahrungsmittel und niemand sieht uns, wäre ein bisschen dumm. aber vorher können wir halt irgendwie noch mal so, weiß nicht, so 10 Kilo Kokosnüsse abschlagen und haben vielleicht in irgendwelchen Bambusröhren noch 40 Liter Wasser gesammelt oder so. Wollen wir das ganze Wasser verbrennen, ja. Vielleicht hat zwischendurch auch mal geregnet, da ist ja auch mal ganz praktisch, dann halt Unmengen Regenwasser vorher zu sammeln und das dann halt einfach nur Abkochen. Ist ja auch für die Pflanzen viel besser als unser Leitungswasser. So. Ja, können uns auch unsere eigenen Zimmerpflanzen unter die Plane stellen. Ich meine, aber dann wird es relativ schnell beendet, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wenn es so ein richtig feuchtes Tropenklima ist, wie wir da halt so einen richtigen Brand, also ich glaube, es wird schon sehr, sehr schwer, also generell sollten wir das wahrscheinlich in dem Dschungel starten, das Feuer oder meinst du am Dschungel? Ich würde sagen, und dann ist natürlich auch, wir müssen auch nach dem Wind gucken, deswegen würde ich ja eher sagen, am Dschungel, dass wir da schnell raus sind aus der Nummer und nicht eingeschlossen werden von den Flammen. Ja, aber schauen wo und nicht, dass es halt unsere Station direkt am Strand sofort verbrannt wird und unsere ganzen Nahrungsmittel weggelebt oder so, das wäre ja ein bisschen schade dann. Ja. Aber dann, ich wüsste nicht, weil du kannst ja nicht halt irgendwie mehrere Bäume erstmal zusammenlegen, weil du musst, ich glaube, es wird ewig brauchen, um einen noch lebenden Baum, vielleicht finden wir einen Toten, aber der ist bestimmt komplett feucht, also generell einen Baum zum Brennen zu bringen. Ich glaube, wenn wir uns erstmal relativ viel Stroh sammeln. Ja, wo liegt denn Stroh im Dschungel? Trockne Stroh. Naja, irgendwie trockene Zweige oder irgendwas. Ja, aber wir trocknen die bei uns über dem Feuer. Wieso nutzen wir nicht gleich unser Feuer? Jetzt wirst du aber albern. Vielleicht kannst du nochmal runtertauchen und saugst nochmal den Tank an von der Cessna und kommst immer hoch. Also legen wir doch eine Bambusleitung da runter. Und wir saugen an. Oh, jetzt kommt's. Hast du abgedichtet? Ja, schmeckt so salzig. Kann nicht sein, dir. Kann nicht sein. Mach weiter. Benzin schmeckt immer. Hast du schon mal Benzin gekostet? Immer salzig. Immer salzig. Weil dann hätten wir vielleicht so einen kleinen Brandbeschleuniger. Oder was auch gut ist, wenn wir irgendwie so einen Baum finden, der vielleicht keine Palme ist und den schneiden wir an und sammeln das Harz. Weil Harz ist ja halt auch Mörder-Brandbeschleuniger. Damit kannst du ja auch Fackeln bauen und den ganzen Spaß. Also was halt länger brennt. Und das wäre geil, wenn wir halt so ein paar Bäume zum Bluten bringen und das sammeln und das dann halt merkt man, wenn es auch mal ein Holz flammt. Dann sippt es raus. Da wo das Harz raus. Ja, ja, ja. Und dann da brennt es nochmal ordentlich oder was? Ekelhafte Sauerei. Das schmilzt dann so ein bisschen ein ins Holz. Also das brennt auch. Also richtige Sauerei. Okay. Ja, das brennt halt ein bisschen länger, aber es ist ja nur so oberflächlich drauf. Das heißt, du machst die Flamme aus und das Harz brennt halt an der Holzoberfläche und dann ist es halt einfach ekelhaft klebrig dann. Okay. Da oben. Ja. Let's auch schießt jetzt. Das heißt, wir haben da gar nicht großartig irgendwas gemacht wie aus Kokosnuss und irgendwelche. Ein Floß und Schlittschuhe. Naja. Ein Kreuzfahrtschiff gebaut. Ja, wenn du halt irgendwie an die Blaue Lagune denkst oder an die Schwarze Lagune. Top Secret oder so, was die da halt alles gebaut haben oder Gilligan's Island, dass wir halt zum Beispiel uns ein paar Golfschläger bauen oder so und uns halt auch seltene Schildkröteneier aufs Meer rausgeholfen. Ja, schöne große Liebesschaukel und Zusammenknoten aus Fahnen oder sowas. Und ja. Das ist alles weg. Oder wir machen das dennoch, weil wir gesehen, weil wir sehen halt einfach, keine Ahnung, die Nordhälfte der Insel brennt lichterloh, aber der Wind steht so, dass es nicht nach in den Süden geht. Zu denken, ja, entweder wir warten jetzt einfach nur still oder du machst deine Schaukel Ende. Oder wir beschäftigen uns vernünftig. Ja, genau. Ich mache halt einen Kokosnuss-Puzzle, so einen 3D-Puzzle, in dem ich halt einfach so einen Kokosnuss auf den Stein zerschelle und dann zu dir sage, hier, 470 Teile Kokosnuss. Wundervoll. Nicht von Ravensburger. Ja. Und du denkst, oh geil, im Hintergrund knistert, knistert, kuschelig der Wald. Der Waldbrand. Und nichts ist so romantisch wie ein Waldbrand. Ich habe gerade gedacht, ob nicht dann das ganze Gefiech, klein und groß, dann zu uns rennt. Na super, dann kommt das Essen zu uns, wie Foodora und Deliveroo. Ich wollte gerade sagen, die klingeln noch nicht mal, die sind einfach da. Ja, bei mir klingeln sie auch nicht. Wir müssen dann halt irgendwie noch mörderviele Fallen aufstellen, dass wir nicht plötzlich halt irgendwelche, ich weiß nicht, was da rumrennen könnte. Wahrscheinlich, oft sind es irgendwelche Wildschweine, so einen komischen Dschungelgelötigen Warzenwildschwein irgendwelchen Dinger. Die kann man ja ganz gut futtern, die muss man aber platt kriegen. Ich wollte gerade sagen, die müssen wir erstmal. Und die kriegst du nicht mit Sperren und das Auge gleich tot. Aber wir machen sie wütend. Und fast blind. Das ist dann immer so ein Spiel. Lass dich nicht berühren, sonst kriegst du eine Eiter, eine Wunde ans Knie. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Und wahrscheinlich beißt du zum Schluss einfach dich das Frettchen auf deinem Kopf tot. Die Schnurze voll und beißt den Nacken. Du rennst vor dem Wildschwein weg, während die Rettungskräfte auf der falschen Seite der Insel sind. Auf dem Wildschwein? Ja. Und dann merke ich, das ist ein schwimmendes Wildschwein. Dink, nein, wie ein Außenborder. Weg. Ja. Würde ich mal sagen, sind wir so sicher, wie wir nur sicher sein können. Du willst das ganz schnell abrunden. Meine Vorstellungen sind wir immer noch am Strand. Über eine Stunde. Ehrlich? Ja, ja. Ach du Scheiße. Du sagst immer über eine Stunde und das Material, was wir in Krieg sind, 48 Minuten nicht hochladen. Weil ich es beschleunige. Ja, also. Letzten zehn Minuten kannst du immer doppel die Geschwindigkeit. Das ist kein Unterschied. Das sind meist so langsam. Ja, dann beginnen wir. Wir schließen. Ich hole mir das Brettchen nochmal und leg es mir auf eine Stunde. Das getackerte Brett. Knaggelig. Ja, was getackert? Ich meine, es hat nur die paar Sachen da dran. Der Rest wird geschraubt. Aber generell, Tacker ist schon geil. Schon vorgebohrt? Ja, wenn du einen richtigen Holztacker hast. Also ich habe einen Tacker. Habe ich einen Holztacker? Auf jeden Fall einmal so zum Schlagen. Aber, ja. Oder Tacker. Buff, buff. Ah, ja. Buff, buff. Der guckt gerade die Tackerkanone vor. Ja. Stimmt. Ja. Ne, ich meine, die Kisten sind aber echt, also ich meine, die sind halt echt besser als die Weinkisten und als die Baumarktkisten. Aber günstiger. Was willst du machen, ne? Ja, die anderen sind halt schon fertig und die musst du noch bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Produkte... Aber das tut immer günstig. Günstig ist ja nicht mal das Hübscheste, ne? Na, aber die sind hübscher als die, ah, die Weinkiste, die halt auch nichts trägt. Wie lange bleibt einem noch dieses wunderschöne schwarze Fernsehregal aus den 90ern? Ja, das wird da ersetzt. Achso, und dieses wunderschöne... Ja, bis zum Werkstattbezug von Dortmund. Werkstatt? Ja. Ja. Die will das gerne für die Werkstatt haben als Lagerraum. Welche Werkstatt? Sie hat eine Werkstatt. Wo? In Spandau. Also nicht ihre alte Wohnung, sondern die hat dann eine gemütliche Werkstatt. Ach, geil. Ja. Und da baut sie halt ein Regal für. Da baut sie ihre ganze Kostüme. Oder auch Auffragsarbeit. Nein, wenn ich sage von wegen, ich brauche hier so ein schönes Aquarium mit Hebebühnen oder sowas, dann kann sie mir das auch schweißen. Ja. Wo dein Wasserbett jede Nacht ins Aquarium heruntergelassen wird und dann wieder aus dem Aquarium hervorsteigt. Und für deine Haie mit den Lasern im Kopf. Oder einfach nur ein Wasserbett, der halt auch ab Brusthöhe durchsichtig ist. Ja, ich habe auch schon wieder gemerkt, dass es war. Weil da könnte man halt die Haie beim Schlafen anschauen. Also die Haie schauen nicht beim Schlafen an. Das ist mein Kabel. Hast du eine Brille da in der Hand? Ja. Ich weiß auch nicht, warum die hier liegt. Kommt, glaube ich, aus dem Regal. fürnüsse at gmail.com falls ihr irgendwas sagen wollt. Fürnüssepod auf Twitter at fürnüssepod fürnüssepod.com Und nicht auf Spotify, aber sonst auf den Podcast-Apps. Ja, wir kriegen halt die Mails nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe neulich Spam auf die Adresse bekommen, mit der wir bei WordPress gemeldet sind. Das funktioniert. Cool. Es gibt so einen geilen WordPress-Scam. Also jeder, der bei WordPress irgendwie eine Seite hat, kennt den wahrscheinlich. Bekommst du halt eine Bitte bestätigen Sie Ihre Adresse. Wir sind ICANN, die Organisation betraut mit der Sicherheit und Funktionalität des Internets. Das klingt seriös. Ja, eben. Die Sicherheit des Internets ist mir wichtig. Hast du heute schon gesuhlt? Nee. Wollen wir gleich? Ja, ich muss mal kurz unter die Dusche hüpfen. Okay. Aber, ja. Ansonsten suchen wir und ihr dürft nicht mitkommen. Das ist eure Krux. Bis dann. Tschüss.